Wir stecken mittendrin in der Hypothesenbildung, das ist ja die Grundlage, die wir die ganze Zeit hier in der Architektur der Wahrnehmung schon verfolgen, dass es sich beim Wahrnehmungssystem um ein System handelt, was auf Hypothesen aufbaut und gewisse Hypothesen über die Beschaffenheit der Umwelt bei der Wahrnehmung eine zentrale Rolle spielen, um es hinzubekommen, dass die Wahrnehmung sowohl schnell als auch hinreichend umfassend erfolgen kann. Wir stecken mittendrin in der Hypothesenbildung und haben beim letzten Mal hier diesen Hypothesengenerator schon gesehen mit seiner Signalverarbeitung von unten, also alles, was über die Augen reinkommt oder auch über andere Sinnesorgane, was dann angereichert wird mit Wissen in der Top-Down-Richtung, mit Wissen angereichert wird und zusätzlich ein paar Abkürzungen von der linken Seite. Das ist das, was sich quasi in unserer Architektur, in der biologischen Architektur schon manifestiert hat. Und all diesem zusammen schafft es das Wahrnehmungssystem, eine Hypothese über das zu machen, was dort wahrgenommen wird. Und diese Hypothese, die lässt sich dann natürlich überprüfen und das Ergebnis der Überprüfungen fließt dann wieder zurück in das Wissen ein. Das ist dieser Hypothesengenerator von Gregory. Und wir haben beim letzten Mal die Konstanzphänomene kennengelernt, Formkonstanz, Größenkonstanz, Helligkeitskonstanz und Farbkonstanz. Und gerade die letzten beiden, Helligkeitskonstanz und Farbkonstanz, haben eine starke Auswirkung auf die Gestaltung bei der Farbe. Und das möchte ich euch hier einmal zeigen. Wenn ihr euch dieses Bild hier anguckt, dann ist das erstmal ein relativ buntes Bild. Und das Überraschende eigentlich an diesem Bild ist, wenn ich euch jetzt sage, dass die grünen Kreise, die ihr seht hier, beide die gleiche Farbe haben, den gleichen Farbton haben. Genauso wie diese braunen Fächer links oben und rechts unten, die den gleichen Farbton haben. Das nimmt man aber nicht so wahr aufgrund eines Simultankontrastphänomens. Und das kann man genau zurückbeziehen auf diese Farbkonstanzangelegenheit. Man interpretiert nämlich diesen Grünton jeweils quasi in der Umgebungsbeleuchtung. Und dadurch erscheint er anders und wird von unserem Wahrnehmungssystem anders interpretiert. Ich mache mal was, ich nehme mal diese Streifen daraus, so. Und auch jetzt erscheinen die Farbtöne durchaus noch anders, obwohl der Eindruck schon geringer geworden ist. Und wenn ich jetzt aber mal die Hintergrundfarben gänzlich rausnehme, dann seht ihr auch jetzt auf einmal, dass diese Farbtöne tatsächlich die gleichen sind. Und ihr könnt es gerne auch im Video oder in der PDF-Datei mal überprüfen. Ich habe also nicht irgendwie geschummelt, ich habe nicht die Farbtöne zwischendurch geändert im Übergang von einem zum anderen, sondern es sind tatsächlich die gleichen Farbtöne hier an dieser Stelle. Der Eindruck entsteht dadurch, dass man die Farben nie unabhängig von anderen Farben der Umgebung interpretiert. Also unser Wahrnehmungssystem ist nicht so, dass es ein Farbdetektor ist, dass es tatsächlich den tatsächlichen technischen Farbwert an einer bestimmten Stelle wahrnehmen würde, sondern die Farben erscheinen immer auf eine gewisse Art und Weise abhängig davon, welche Farben in der Umgebung vorherrschen. Das gilt für Farbtöne wie hier, aber auch für Farbhelligkeiten und Farbsättigungen. Das kann man hier sehr schön sehen. Die drei Klötze auf der linken Seite und die Klötze rechts auf dem schwarzen Grund haben jeweils genau die gleiche Farbe im blau gleichen Farbton, der gleichen Sättigung und Helligkeit. Es ist aber so, vor allem bei dem Rot sieht man das gut, aber auch bei dem Grün ist das gut zu beobachten, dass die auf dunklem Hintergrund diese Farben gesättigter und heller wirken, sagen wir mal kräftiger wirken. Die Farben, die Bezeichnungen Sättigung und Helligkeit, das kommt immer noch ein bisschen darauf an, in welchem Modell man das sieht. Da kommen wir in einem der nächsten Videos dazu, wie man die bezeichnen kann. Aber auf jeden Fall wirkt es kräftiger und leuchtender. Das macht man sich häufig zunutze, wenn man zum Beispiel Bilder darstellen möchte und die Bilder sollen eine ordentliche Strahlkraft haben und ordentlich farbig erscheinen, dann macht man das häufig auf dunklen Hintergründen. Andersherum, wenn ich das nicht möchte, wenn ich will, dass das alles etwas gedämpfter erscheint, wie zum Beispiel bei Hochzeitsfotos häufig, dann mache ich diese Fotos auch nicht auf einen schwarzen Hintergrund, sondern entsprechend auf einen weißen Hintergrund und dadurch wirkt das alles etwas gedämpfter. Interessant ja auch rechts. Achso, ich kann hier das einmal wegmachen. So, und jetzt seht ihr tatsächlich, dass die sich entsprechen, dass das genau das Gleiche ist. Spannend auch rechts. Wenn ihr euch das anguckt, dann hat man den Eindruck, dass da in der Mitte ein Balken ist, der links viel heller ist als rechts. Also man sieht ziemlich eindeutig einen Farbverlauf in diesem inneren Balken von hell nach dunkel, also ein Helligkeitsverlauf. Der existiert gar nicht. Das entsteht nur durch die Kompensation über die Umgebungshelligkeit quasi, also als quasi Folge der Helligkeitskonstanz. Wenn ich den Hintergrund jetzt wegnehme, dann sieht man, dass dieser Balken, dieser farbige Balken, dieser graue Balken, ist gar kein farbiger Balken, dieser graue Balken einheitlich grau ist. Und der Farbverlauf bestand nur in der Umgebungsstruktur. Der besteht überhaupt nicht in diesem Balken selber. Was zieht man daraus für eine Konsequenz in der Gestaltung? Man kann Farben nie für sich alleine gestalten. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Farbeindruck erzeugen möchte, dann muss ich immer auch bedenken, welche Farben und welche Helligkeitsstufen in der Umgebung dieser Farbe vorherrschen. Im Zweifelsfall muss man es ausprobieren. Und wenn ich zwei Elemente in gleicher Helligkeit oder gleicher Sättigung oder gleicher Leuchtkraft gestalten möchte, kann es durchaus sein, dass ich technisch verschiedene Helligkeiten und Leuchtkraft definieren muss, damit diese beiden Farben gleich wirken. Einfach daraus resultieren, was in der Umgebung noch so ist. Im letzten Video habe ich angekündigt, dass wir uns optische Täuschungen einmal ansehen im Zusammenhang mit Hypothesenbildung. Das ist nämlich eine ganz interessante Sache, was man da so feststellen kann. Ihr kennt bestimmt alle ein paar optische Täuschungen. Diese Müller-Leier-Täuschung hatte ich schon mal in einem vorherigen Video gezeigt, als es ums Arrangieren ging. Da habe ich ja gezeigt, dass man auch durch Arrangieren diese Enttäuschung zwar aufdecken kann, aber den Eindruck nicht wieder wegmachen kann. Also hier hat man ja den Eindruck, dass die rechte Kante, die rechte Linie länger ist als die linke, obwohl das gar nicht so ist, was man nachweisen kann, indem man zusätzliche Linien einzeichnet oder arrangiert. Hier habe ich vier parallele Linien und dadurch, dass ich jetzt solche Schrägen darauf einzeichne, scheinen diese Linien auf einmal gar nicht mehr parallel zu sein, sondern scheinen sich aufeinander zuzulaufen an verschiedenen Stellen. Das ist die sogenannte Zöllner-Täuschung. Hier haben wir die sogenannte Poggendorf-Täuschung. Hier wirkt es so, als sei da eine Versetzung drin zwischen der Kante unten links und oben rechts, die quer so da durchläuft. Diese Kante, diese Versetzung, dieser Versatz existiert aber nicht, was man sich klar machen kann, wenn man da einfach mal die Linie komplett durchzeichnet. Dann haben wir hier noch eine schöne Täuschung. Zwei gleich große Kreise, ganz eindeutig. Und je nachdem, wie große Kreise ich drumherum zeichne, erscheint der Kreis dann auf einmal größer oder kleiner. Jetzt hat man doch eindeutig den Eindruck, dass es auf der rechten Seite größer erscheint und auf der linken Seite kleiner, der blaue Kreis jeweils. Das ist die sogenannte Ebbinghaus-Täuschung. Das Interessante hierbei ist, wir können die Täuschung nicht vermeiden, selbst wenn wir sie aufdecken können. Also wir können ja beweisen, dass das falsch ist, was wir wahrnehmen, dass es der Realität hier nicht entspricht und dennoch nehmen wir es so wahr. Es liegt dann dabei nahe, wenn das so ist, wenn wir nicht mehr über das Wissen, über das Wissen eine Korrektur vornehmen können, dass das etwas ist, was entweder ganz früh gelernt wurde und sich in unserem Wahrnehmungssystem abgelegt hat oder dass es sogar etwas ist, was eingebaut ist, wo unser Wahrnehmungssystem drauf eingestellt ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, woher kommt das, woher kommen diese Täuschungen? Und viele dieser Täuschungen, wenn nicht sogar alle, lassen sich mit Hypothesen über Räumlichkeit interpretieren oder erklären. Ob es tatsächlich so ist, ist natürlich schwer zu beweisen, aber es gibt zumindest plausible Erklärungen dafür. Und wir gucken uns das bei der Müller-Leier-Täuschung hier mal an. Schaut euch mal diese Situation an. Hier sehen wir zwei Bilder, die ich im Büro, im Gebäude F an der Fürstenallee in der Uni Paderborn gemacht habe. Sehr unbedeutende Bilder, also Preis gewinne ich mit den Bildern nicht. Aber man sieht eine ziemlich ähnliche Situation wie bei der Müller-Leier-Täuschung. Ich sehe auf der linken Seite eine sich mir entgegenstreckende Kante, nämlich die vordere Kante der Wand quasi, also diese Ecke. Und wenn ich jetzt oben und unten gucke, dann gehen da jeweils schräg Kanten von weg. Das ist einfach durch die Räumlichkeit geschuldet, dass die natürlich die Wände nach hinten hinweg laufen. Auf der rechten Seite habe ich genau das umgekehrte Phänomen. Ich habe nach hinten laufend eine Kante. Ich gucke also die Kante in die Ecke eines Raumes hinein und habe dann oben an der Decke und unten am Boden entsprechend auch wieder so Schräglinien, nämlich die Wände, die mir gar entgegenkommen oder die Decke in dem Falle. Und nun legt die Logik es nahe, dass die linke Kante ja auf mich zukommt und die rechte von mir weggeht. Das heißt, von der rechten bin ich offensichtlich weiter entfernt als von der linken. Das ist ein logischer Argumentationsschluss, der daraus folgt. Und genau das sehen wir bei der Müller-Leier-Täuschung. Die können wir nämlich hier so einzeichnen. Und auch hier ist es jetzt wieder so, dass dadurch, durch diese Interpretation, zumindest ist das die Hypothese, durch diese Interpretation, dass die rechte Kante ja weit entfernt liegt und die linke nah dran, es zu dieser Fehlinterpretation kommt, dass diese rechte Kante als größer wahrgenommen wird als die linke. Und das ist auch hier wieder nicht der Fall, was man sich klar machen kann, indem man die mal aneinander hält. Hier ist es immer noch der Fall, es wirkt immer noch so, als sei die rechte Kante länger als die linke. Aber wenn wir sie wirklich übereinander legen, stellen wir auf einmal fest, nein, das ist gar nicht so. Also es liegt nahe, dass viele dieser optischen Täuschungen mit quasi Fehlinterpretation über Räumlichkeit zu tun haben. Und es sind ja alles sehr konstruierte Bilder. In der Realität kommen ja solche Bilder nicht vor, sondern es sind ja konstruierte zweidimensionale Darstellungen, die wir dann aber offensichtlich dreidimensional interpretieren. Und wenn wir das jetzt hier uns nochmal angucken, in dem Wahrnehmungsgenerator liegt die Vermutung nahe, dass das etwas ist, was von der linken Seite hineinkommt. Gut, diese Hypothesen, die zu den räumlichen Täuschungen führen, die spielen wahrscheinlich in der Gestaltung für uns wenig eine Rolle. Es gibt aber Hypothesen, Wahrnehmungshypothesen, die man formulieren kann, die eine sehr große Rolle für uns spielen. Und die wollen wir uns natürlich angucken und beginnen mit 3D-Raum-Hypothesen. Ich habe ja gerade bei den optischen Täuschungen auch schon gesagt, offensichtlich ist eine 3D-Raum-Interpretation hier eine, spielt hier eine Rolle. Schaut euch mal dieses Gebilde auf der rechten Seite an. Was ist das? Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sofort sagen, na klar, das ist ein Würfel. Warum nehmen wir dieses Gebilde als dreidimensionalen Würfel wahr, obwohl wir ja hier nur eine zweidimensionale Zeichnung haben? Ihr könnt euch vorstellen, dass es viele 3D-Gebilde geben könnte, die zweidimensional aus einem bestimmten Winkel betrachtet so aussehen, wie dort auf der rechten Seite. Trotzdem nehmen wir eine bestimmte 3D-Struktur wahr, nämlich dass wir hier einen Würfel sehen. Wie kommt das? Und dafür gibt es Untersuchungen, vor allen Dingen ein sehr spannendes Buch, das ich natürlich hier nur in kleinen Teilen wiedergeben kann. Von Donald D. Hoffmann, heißt die visuelle Intelligenz. Die Quelle steht da rechts angegeben. Ist durchaus wirklich interessant. Interessant, wen das interessiert, würde ich sehr empfehlen, dieses Buch vielleicht mal sich zuzulegen. Da werden eine ganze Reihe von Regeln aufgestellt, anhand derer man die Welt quasi zersieht, anhand derer man zweidimensionale Darstellungen, die ja unsere Augen auch nur hergeben. Wir haben ein bisschen Stereoskopie, dadurch, dass wir zwei Augen haben, aber das funktioniert nur für einen ganz kleinen Teil des dreidimensionalen Wahrnehmens. Viel mehr muss von woanders her kommen. Und dafür werden Regeln aufgestellt. Und diese Regeln sind das, wo ich jetzt hier in unserem Zusammenhang über Hypothesen sprechen würde. Dass es Grundhypothesen sind, die das Wahrnehmungssystem annimmt. Schauen wir uns mal die Regel 1 gleich an. Ich interpretiere eine gerade Linie in einem Bild stets als eine gerade Linie in 3D. Okay, das müsste nicht so sein. Wenn ich also irgendein Gebilde habe, was so geschwungen ist zum Beispiel, und ich gucke direkt von oben auf diese geschwungene Figur, dann würde ich die ja auch 3 als Strich einfach wahrnehmen. Ich gehe aber davon aus, dass das, was ich als Strich wahrnehme, als gerade Linie, auch in dem Dreidimensionalen eine gerade Linie ist. Wieso ist das sinnvoll? Weil die Wahrnehmung eines Geschwungenen als Gerades, also wo man genau in einem bestimmten Winkel darauf gucken muss, natürlich sehr unwahrscheinlich ist. Und im normalen Strom des Handelns, wo ich ja nicht steif an einer Stelle stehe, sondern mich ja bewege oder sich auch die Objekte bewegen, ist diese Annahme, dass ich etwas Geschwungenes als gerade Linie sehe, sehr gering. Deswegen macht die Hypothese Sinn, dass ich sage, damit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist etwas, was im Zweidimensionalen eine gerade Linie ist, auch im Dreidimensionalen eine gerade Linie. Nächste Regel, wenn die Enden zweier Linien in einem Bild zusammenfallen, interpretiere sie stets so, dass sie auch in 3D zusammenfallen. Das können wir uns an dem Würfel gut klar machen, dieser Kopfvermannsche Würfel. Beide Figuren unten könnten Würfel sein. Der rechte Figur erkennt man sofort als Würfel, die linke aber nicht. Da würde man eher annehmen, dass das so eine zweidimensionale Figur mit lauter Dreiecken ist. Obwohl es eine Möglichkeit gibt, auch einen Würfel so zu sehen. Aber gleiche Begründung, es ist nur eine einzige Möglichkeit, den Würfel so zu sehen. Und dass ich genau in der verharre, ist ziemlich unwahrscheinlich. Deswegen interpretieren wir dann eher das Ganze als zusammenfallende Linien. Interpretiere Linien, die in einem Bild kolinear sind, also in einer Flucht erscheinen, auch in 3D als kolinear. Auch das könnte man da sehen. Also wenn ich dreidimensional mich verhalte und zwei Linien fallen direkt aufeinander, also setzen einander fort, dann nehme ich an, dass die auch in dem dreidimensionalen einander fortsetzen und nicht aus zwei ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Auch hier kann man die gleiche Argumentation wieder ansehen. Und die Regel 4. Interpretiere Elemente, die in einem Bild benachbart sind, auch in 3D als benachbart. Das sehen wir schön an dem Würfel oben rechts. Da seht ihr ja so Kreise um den Würfel herum. Und der Kreis oben und der Kreis rechts sind in der Nähe der hinteren Würfelkante. Und erscheinen uns auch als in der Nähe der hinteren Würfelkante, während links und unten an der vorderen Würfelkante uns erscheinen. Es kann jetzt sein, dass für euch der Würfel gerade umspringt. Ob das also ein Würfel ist, der quasi nach hinten in die Fläche hineingeht oder nach vorne herauskommt. Beide Interpretationen sind möglich. Dann springen aber auch die Kreise entsprechend mit. Das heißt, diese Kreise erscheinen uns immer als räumlich benachbart zu der Kante, an der sie sich gerade befinden. Und damit auch zu der Fläche, die wir dort interpretieren. Das ist schon mal ganz faszinierend, finde ich, dass man das so wahrnimmt. Zerteilung in Teilfiguren. Ihr seht ja Regel 14. Wir lassen jetzt manches aus, was der Hoffmann noch so beschreibt. Einfach nur, weil wir eine kurze Einführung jetzt haben wollen an dieser Stelle. Die Regel konkaver Falten. Regel der konkaver Falten. Zerlege Formen entlang konkaver Falten in Teile. Jetzt muss man sich einmal klar machen, was ist konkav und was ist konvex. Und das kann ich euch klar machen, indem ich hier meine Kaffeetasse nehme. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass kein Kaffee mehr drin ist. So. Das ist so eine Eselsbrücke, mit der ich mir das gut merken konnte, wie man das macht. Ihr habt hier diese Tasse. Und in diese Tasse kann man Kaffee reinschütten. Und die Tasse ist innen konkav. So ist konkav. Also eine, wo man etwas hineinschütten kann. So. Das heißt, man kann da Kaffee reinschütten. Deswegen konkav. Wenn ich das andersherum betrachte, so rum, tatsächlich nichts mehr drin. Und ich schütte jetzt den Kaffee hier hin. Dann fließt der Kaffee weg. Deswegen ist das konvex. Das ist die Variante, in der ich mir konkav und konvex tatsächlich merken konnte. Wo haben wir jetzt eine konkave Falte? Wir haben eine konkave Falte immer dann, wenn man zwei Figuren so ineinander steckt. Ihr seht das links angedeutet. Hier werden zwei Steine quasi so ineinander gesteckt. Und wenn ich das tue, dann ergibt sich so eine Risskante, wo die ineinander stecken. Und daran habe ich jeweils eine konkave Falte. Gucken wir uns das mal auf der rechten Seite an. Wo habe ich jetzt hier konkave Falten? Konkave Falten habe ich jeweils hier, hier, hier und hier. Und das führt dazu, dass ich zerteile. Und zwar, dass ich die Figur in zwei Teile zerteile. Und zwar jeweils an diesen grünen Teilen. Das heißt, ich sehe diese Punkte, diese zwei schwarzen Punkte, als auf einer Treppenstufe liegend. Denn ich zerteile die Figur an diesen Falten, an diesen grünen Falten. Wenn ich das ganze Bild einfach mal nur umdrehe. So, und jetzt guckt vielleicht mal einmal gerade weg vom Bildschirm und guckt jetzt wieder hin. Weil sonst springt das Bild gerne mal um. Dann sieht es auf einmal anders aus. Jetzt wirkt es auf einmal so, als sei der eine schwarze Punkt an der Vorderseite einer Stufe und der andere schwarze Punkt auf der Oberseite einer anderen Stufe. Woran liegt das? Na, jetzt sind die konkaven Falten an einer anderen Stelle. Und es wird auch entsprechend an einer anderen Stelle zerteilt. Das heißt, diese konkaven Falten haben etwas mit der Wahrnehmung der Zerteilung von Objekten in Teilobjekte zu tun. Das ist die Regel 14, die der Herr Hoffmann formuliert. Verdeckungshypothesen hängen stark damit zusammen. Auch das ist ja was Dreidimensionales, wenn da irgendwo das eine das andere verdeckt. Guckt euch dieses Mal an. Das nennt man Kanitzer-Dreiecke. Links unten. Was sehen wir? Wir sehen hier, oder zumindest sehen die meisten Leute, ein Dreieck, was über dieser anderen Figur liegt. Das Dreieck verdeckt teilweise drei Kreise und verdeckt ein dahinterliegendes anderes Dreieck. Und wenn man das Leute beschreiben lässt, dann sagen die oft, dass die Fläche innen, dieses Dreieck, heller ist als die Hintergrundfläche. Was auch technisch nicht der Fall ist. Der Grauwert ist hier überall tatsächlich genau der gleiche. Wieso sehen wir denn jetzt hier trotzdem ein Dreieck? Eine Argumentation ist immer, dass gesagt wird, die Interpretation ist dann einfacher. Wenn wir dieses Dreieck sehen, ist das Ganze einfacher zu beschreiben als ohne dieses Dreieck. Das stimmt hier zwar, das stimmt aber nicht immer. Und damit ist diese Begründung zumindest nicht besonders stichhaltig. Auch an der rechten Figur seht ihr wahrscheinlich eine Figur, die über diesen Dreiecken liegt. Und hier kann es ja nicht mehr so richtig stimmen. Zumindest, sagen wir mal, ist die Beschreibung der Figur, die oben drüber liegt, nicht mehr so einfach. Denn die hat ja unten einen geschwungenen Bereich. Und hier sogar sagen einige Leute, auch hier ist das Weiß der oberen Figur heller als das Weiß des Hintergrundes. Und auch da stimmt es nicht. Aber jetzt könnte man immer noch sagen, gut, mit der Verdeckungsfigur ist es gleich trotzdem noch leichter zu beschreiben. Wie sieht es hier aus? Ja, hier kann man vielleicht auch sagen, ja, es ist ein bisschen einfacher zu beschreiben mit einer Verdeckung. Und ich kann auch vielleicht damit argumentieren, was häufig angegeben wird, dass es gewisse vertraute Figuren gibt, die, wenn man sie mit hinzunimmt, wenn man sie in die Interpretation mit hinzunimmt, das Ganze einfacher machen. Auf der rechten Seite mit den Kreuzen zum Beispiel erscheint ja auch optisch in der Mitte so eine kissenförmige Figur. Da könnte man jetzt noch damit argumentieren, dass man so kissenförmige Figuren auch kennt und dass es mit dieser typischen kissenförmigen Figur einfacher ist. Aber das Ganze hört spätestens jetzt auf. Denn was wir jetzt sehen, diese Figur hier, die ja nur aus so wirklich eigenartigen Flecken besteht, wenn man jetzt mal nur das Schwarze betrachtet, ist eigentlich durch die unförmigen Flecken genauso schwer zu beschreiben, wie als irgendwie einzelne Flecken, die dann nochmal von einem genauso unförmigen Weißen überlagert werden. Trotzdem sieht man eine eigenartige weiße Figur hier an dieser Stelle. Es kann also nicht sein, dass das Argument mit den Figuren stimmt oder zumindest kann es nicht ausreichend sein. Herr Hoffmann hat auch an dieser Stelle interessante Ansätze, wie es denn kommt, dass wir hier offensichtlich eine Überdeckung sehen. Und wir müssen uns dafür nochmal ein paar Regeln anschauen. Und wir gucken uns erstmal die Regel 7 an, die ich hier auf der rechten Seite untergebracht habe. Die heißt, womöglich interpretiere T-Verbindungen in einem Bild als einen Punkt, nahe dem sich Teile des erweiterten Umrisses gegenseitig verdecken. Die am Querbalken des T ansetzende Fläche verdeckt die Fortsetzung des Längsstrichs. Brr, gucken wir uns das an, dieser Fahrradschlauch oder Fleischwurst oder schon alles Mögliche zugehört, was Leute dazu gesagt haben, was das ist. Jetzt gucken wir uns das da an. Wo sehen wir denn hier T-Verbindungen? T-Verbindungen sehen wir hier an diesen beiden Stellen. Und was heißt die Regel? Wir interpretieren diese T-Verbindung so, als eine Stelle, an der die vordere Linie, der Querstrich des T, eine Linienführung, die dahinter liegt, also der Balken des T, verdeckt. Und dabei ist es eigentlich egal, ob das die gleiche Figur ist oder zwei verschiedene Figuren werden. Wir würden das an der Stelle so interpretieren. Das ist die Regel 7 gewesen. Die brauchen wir nur, weil wir uns jetzt da gleich drauf nochmal beziehen. Wie kommt es jetzt zu dieser Verdeckungshypothese? Ausgrund einer anderen Regel, die besagt, konstruiere subjektive Konturen, die andere Elemente nur dann verdecken, wenn es konvexe Zacken gibt. Jetzt sehen wir da gleich an der Seite nochmal Konkav und Konvex. Das ist genau das, was ich euch eben auch schon mal mit der Kaffeetasse versucht habe nahezubringen. Wo entstehen denn jetzt Konkave und Konvexe Zacken? Guckt euch mal den Dreisprung da unten an. Auf der linken Seite haben wir zwei Figuren, die noch völlig voneinander getrennt sind. In der Mitte lassen wir das jetzt überlappen. Das heißt, da entstehen T-Verbindungen an diesen Überlappungsstellen. Hier ist zum Beispiel eine T-Verbindung. Wenn ich jetzt die vordere Figur wegnehme, dann entsteht genau an dieser Stelle, wo jetzt gerade noch die T-Verbindung war, eine konvexe Zacke. Das heißt, diese Stelle, an der eine konvexe Zacke ist, ist eine, die eine Hypothese für eine Verdeckung rechtfertigt. Und das kann man wiederum beziehen auf die Figuren, die wir eben gerade gehabt haben. Denn, ich zeige sie nochmal gerade hier. Denn da entstehen auch jeweils konvexe Zacken an genau diesen Stellen, wo diese Verdeckung stattfindet. Es ist also durchaus plausibel, Verdeckungen anzunehmen an solchen Stellen. Überhaupt ist eine Verdeckung häufig etwas, was uns, naja, das Ganze überhaupt erkennen lässt, das ganze Arrangement überhaupt erkennen lässt. Das sieht man gut hier. Was seht ihr da? Ja, irgendwie kann man nicht viel erkennen. Es sind so eigenartige Figuren, weiße, also nicht weiße, schwarze Linien sind hier. Die sind teilweise so eigenartig durchbrochen. Ja, und symmetrisch ist das Ganze. Man kann aber nicht erkennen, um was es sich hier handeln soll. Wenn wir jetzt mal weitergucken und legen mal so ein schönes Osterei da drüber, dann erkennt man auf einmal, dass es sich hier offensichtlich um einen Buchstaben M handelt, der von diesem Osterei verdeckt ist. Wieso haben wir denn das hier nicht erkennen können? Denn von M ist doch genau die gleiche Informationsmenge erkennbar gewesen. Es ist doch überhaupt nichts hinzugekommen zu dem M, wenn ich auf einmal dieses Osterei da drüber mache. Auch hier hat es wieder mit Vertrautheit der Wahrnehmungssituationen zu tun. Denn eine Verdeckung, wenn ich eine Verdeckung annehme, dann kann ich eine Vordergrund-Hintergrund-Unterscheidung machen. Gucken wir mal hier rein in den Hypothesengenerator. Ich nehme etwas wahr über die Signalverarbeitung, diese Teile des M. Aber erst, wenn ich auch den Hinweisreiz dazu habe, dass hier eine Verdeckung stattfindet, kann mein Wissen und meine Abkürzungen da hineinkommen in den Hypothesengenerator und dann sagen, oh, hier gibt es eine Hintergrundfigur und eine Vordergrundfigur und die versuche ich unabhängig voneinander zu interpretieren. Sonst ist das überhaupt gar nicht möglich. So, wir haben noch den wichtigen Teil der Beleuchtungshypothesen, den wir betrachten müssen. Aber das spare ich mir für das nächste Video auf, in dem es dann genau um diese Beleuchtungshypothesen gehen wird. Beleuchtungshypothesen